Kein Pardon, der Mundart-Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Kabarettist Franz Kain kommentiert und karikiert. Präsentiert von Kia Autohaus Doll in Weinheim. Jetzt Probefahren. Der neue Kia Sorento. Ausgezeichnet mit dem goldenen Lenkrad. Aldele, aldele, habt ihr schon gehört? Ab heute gibt es beim Aldi Schnelltests zu kaufen. Ja, Aldi kommt vor der Apothek. Rein alphabetisch in Ordnung, weil Aldi, also L, kommt vor P wie Apothek. Aber allein die Vorstellung, dass der Discounter selbst im Gesundheitswesen die Nase fahren hat, ist schon der Hammer. Gut so Hustegutsel und ein bisschen was gegen schubische Haut direkt neben der Pfannenauswahl für alle Herdarten ist ja okay. Aber Schnelltests gegen Corona, da denke ich doch nicht direkt an Aldi. Also bislang jedenfalls. Aber egal, ich bin seit jeher ein Aldi-Nator. Montags und Donnerstags und Samstags gehe ich auf Schnäppchenjagd. Der Aldi-Agent mit Sonnebrill stürmt um Punkt 8 Uhr, wenn sich die Glasschiebetür öffnet wie Rambo durch die Regale. Fokussiert auf die Actionware mit dem Makashi-Messer zwischen den Zähnen, das ich mir bei der letzten Aldi-Action gekauft habe, mache ich mich auf den Weg. Das Makashi-Messer muss man haben mit dem Chrom-Molybden-Vanadium-Stahl in Pink. Schon allein, weil ich fehlerfrei das Material der Messerkling aussprechen konnte, habe ich gewusst, sowas braucht man als Aldi-Nator. Das klingt schon gefährlich. Chrom-Molybden-Vanadium-Stahl. Vanadium, das klingt nach Van Damme, diesem Action-Schauspieler. Und was Montags, Donnerstags und Samstags sich beim Aldi abspielt, ist auch ein einziges Action-Spektakel. Heute ganz besonders. Corona-Schnelltests beim Aldi. Nix wie hier. Wir wollen am Montag endlich wieder einen zweiten Haushalt einladen. Dort testen wir uns und unsere Freunde, bevor die ins Haus kommen. Also ich mit dem Messer zwischen den Zähnen an diesem Samstag als Äster neu. Ich schiebe mir den Weg frei. Zwei Einkaufswaage quer. Die passen genau zwischen die Regale und keiner kommt mehr an mir vorbei. Ein ganz hartnäckiger, der mir auf dem Weg zur Action-Ware im Nacken hing, hat es trotzdem versucht. Da habe ich ein bisschen mit dem Makashi-Messer lässig rumgefuchtelt und japanische Jauchzer gemacht. Mit einem Hechtsprung in den Kasten mit den leeren Kartons hat er sich gerettet. Als ich die Kassiererin zur Herausgabe der Schnelltests aufgefordert habe, war ich dann ein bisschen nervös. Bezahlt. Dann raus. Auf dem Parkplatz mit dem Makashi-Messer die Verpackung aufgeschlitzt. Ich habe das Ding in die Nase neu gesteckt, rumgedrudelt. Noch so ein Stäbchen in den Hals neu. Rausgeworxt. Dann habe ich draufgespuckt. Auf dem ganzen Parkplatz vom Aldi haben Menschen rumgerotzt. Anders kann man das nicht ausdrücken. Und ich als Aldi-Nator habe dann 15 Minuten den bange Blick über die hunderte von Menschen schweifen lassen. Plötzlich die erste Jubelschreie. Ich bin negativ. Ich bin negativ. Da wurde mir bewusst. Negativ ist das neue Positiv. Viele sind plötzlich wie aufgeschreckt, ins Auto gestiegen und losgerast. Die waren 100% positiv. Also positiv getestet. Viele andere lagen sich in den Armen. Wildfremde Menschen. Das vermisse ich ja. Diese menschliche Wärme. Wem haben wir die jetzt wieder zu verdanken? Dem Aldi. Es kommt mir immer noch vor wie im Traum. Aber all die, die beim Aldi noch schnell in Schnelltest kaufen wollen, denen rufe ich zu. Macht es. Just do it. Diese negative Stimmung wird sofort positiv, wenn du negativ getestet bist. Ein unbeschreibliches Gefühl. Es wird in Deutschland nicht mehr in die Hände gespuckt. Es wird auf der Teststreife gespuckt. Und es wird auf öffentlichen Parkplätzen beim Discounter gegurgelt. Rewe, die EDK, zieh nach. Die gurgeln ein Lidl. Also vom Lidl wird gegurgelt. Deutschland gurgelt und jubelt. Negativ. Wenn jetzt noch der Impfstoff ins Sortiment bei der Discounter aufgenommen wird, herrscht Aufbruchstimmung in Deutschland. Äh na, heute im Angebot beim Aldi AstraZeneca. Hol's schnell. Soll ich nicht lieber die Eimweh-Spritze von Johnson & Johnson nehmen? Da brauchst du nur eine Dosis. Ja, egal. Nimm noch ein bisschen Biontech und Pfizer. Die liegen im Kühlregal neben dem Handkäs. Übrigens hat mir der Karl-Heinz gesagt, die Schweineschnitzel werden angeblich auch gut gegen Corona. Das hätte er an sich getestet. Das Antibiotika da im Schnitzel hilft anscheinend auch gegen die Viren. Wenn wir zum Essen kommen, macht er jedenfalls Schnitzelofend. Mhm. Und als Amüsgöl, als Gaumenkitzler, stecken wir uns dann alle noch ein Stäbchen in den Mund. Hört sich alles. Je länger er strömt nach, denkt gar nicht so unrealistisch an. Gut. Das mit dem Schnitzel ist vielleicht weit hergeholt. Und der Antibiotika gegen die Viren. Aber Actionware-Alltag beim Aldi könnte so aussehen künftig. Statt Kinaschuh, Lesebrille und Sportklamotten schmeißt die Leute im Vorbeirennen die Schnelltest in der Einkaufsware. Und dann wird zwischen den Regalen nicht anprobiert und aussortiert, sondern die Packungsbeilage studiert. Ah ja. Den Abstrich-Test brauchen wir für den Konzertbesuch. Unmittelbar vom Sushi-Restaurant, da können wir endlich wieder mal essen gehen. Und im Fitnesscenter wollen sie den Schnelltest sehen. So bist du gewappnet für Sport, Kultur und Kulinarik. Ab an die Kasse vom Aldi. Alterle, alterle. Und in der Apotheke kaufst du dann Nahrungsergänzungsmittel und Haarshampoo mit Koffein. Alla dann. Prost, Mahlzeit. Kein Pardon. Der Mundart-Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Kabarettist Franz Kain kommentiert und karikiert. Präsentiert von Kia Autohaus Doll in Weinheim. Jetzt Probefahren. Der neue Kia Sorento. Ausgezeichnet mit dem goldenen Lenkrad.